Na, jetzt bin ich gespannt. Oh, ist die schön. Der ist toll. Das ist die Klasse, oder? Ja, das riecht schon so gut aus. Das ist jetzt das mit der Stufe. Ach, die ist da. Kommst du oben drauf? Ja. Oh, die Flasche. Jetzt haben wir Glück gehabt. Ja, das geht. Sehr schön. Ja, perfekt. Sehr schön. Schaut, wo ist dein schöner Schrank? Na, da haben wir jetzt einen Platz. Also die Stoffmuster nehmen wir dann raus. Okay, das ist sehr nett. Mit den Schuhen. Das sind wir jetzt deine, oder? Mit langen Sachen und für Kotze oder nochmal. Sie können diese Tür so weit öffnen. Ich finde es eigentlich angenehm, wenn Sie es auf die ganze Breite aufmachen können. Seid ich nicht schön? Genau das, was zu uns passt. Wenn Sie in den Raum kommen, sehen Sie da hinten die Wand und nehmen die auch intuitiv wahr, das heißt, Ihr Raum wird größer. Und wenn Sie da zu haben und das ist komplett oben und unten und sowas, ist die Wand praktisch da vorne. Das heißt, Sie haben dann einen Raum, den Sie für ein paar Quadratmeter kleiner empfinden. Und sobald die Sektflasche offen ist, passt es ja auch drunter. Ja, ja, halt, halt, halt. Da kriegen wir richtig was ein. Hören wir mal. Wir haben die Schuhländen, dann musst du da schon alles drin haben. Sehr schön, wir sind begeistert. Klasse, danke. Wie immer. Wir haben aber auch nichts anders erwartet. Die Lade ist hoch. Ja, ja. Du kannst die Farben einstellen. Füllen, ganz hell. Mit dem Sand ein Aufwachen. Hm. Muss ich nicht stauben. Ja, das ist okay. Das ist schon gegangen. Ist das bei den Didit? Das sieht schon klasse aus. Super. Danke schön. Danke schön. Na, Joran. Aber wer diesem was kommt? Das ist gut als was? Die Züge war noch mal, es passt. Schon cool.